Vielleicht bist du gerade in einem Schrotflinkenschuppen Vielleicht bist du gerade irgendwo ganz anders auf der Welt Vielleicht bist du gerade in einem wunderschönen Haus Vielleicht bist du gerade in einem wunderschönen Haus Mit einer wunderschönen Frau und du fragst dich, was ist passiert? Krähen fliegen übers Dach Und ein Flieger macht dich wach Zuhause Sie war im dritten Stock und ich war im vierten Stock In einem Häuserblock in der Luisenstraße Sie war ne Tippmamsell und ich war Junggesell Kannst wundern, dass ich schnell gleich Feuer faste Warum bin ich der Mietstieger? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017